Aufgabe, bring deine eigene Großmutter home und damit ein wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu einem hochqualitativen Spiel mit Lars und der Kamera. Achso, oh mein Gott, was? Bist du die Großmutter jetzt gerade? Ah, Leute, wir spielen hier Kille die Großmutter und ich bin das Baby und ich sehe richtig cool aus. Und Lars ist die Großmutter, aber leider heute ohne Facecam, weil seine Facecam kaputt gegangen ist. Hallo, ich bin Lars. Kannst du dir mal kurz erklären, warum Facecam kaputt gegangen ist? Ja, der Diego hat die kaputt gemacht, also meine Katze. It is what it is. Ja, also, was hast du für eine Aufgabe, Lars? Hast du eine Aufgabe? Ich habe heute die Pflanzen noch nicht gegossen, das muss ich jetzt machen. Also, du musst die Pflanzen... Ah, da bist du sogar. Dreh ich mal um. Hi, ja! Wow! Was? Alter, du hast dich einfach getasert. Hey! Nein! Oh mein Gott, das sieht so gruselig aus. Was sind das für seltsame Pflanzen? Das sieht so ultra gruselig aus. Ich habe hier immer so Schlüssel, die ich sammeln kann. Was ist das? Ah! Hey, warte mal. Aha! Ich habe so eine Pillenbox. Lars, pass auf, komm mal her. Junge, ich bin voll langsam. Hast du Bock, hier fünf Euro? Hier unten. Komm runter, Omi. So, pass auf. Ich gehe jetzt gleich in diesen Raum hier links rein, rechts rein. Und du musst mich finden, okay? Und wenn du schaffst, mich zu finden, kriegst du von mir fünf Euro. Wie gießt man hier denn die Pflanzen? Äh, weiß ich nicht. Mit einer Gießkarte wahrscheinlich. Findest du mich? Das ist so ultradumm. Achso, lol. Oh, lol. Guck mal da raus. Hallo. Alter, hast du gerade was auf mich geschaut? Oh. Aha. Pfefferspray. Soll ich dir mal was zeigen, was ich hier gefunden habe? Mit der Ruhe. Guck mal, guck mal, ich komme hier raus. Hallo. Oh mein Gott, Junge, das sieht so gruselig aus. Oh mein Gott, ich habe dir ein Messer in den Rücken geworfen. Aber mit dem Griff zuerst. Guck mal. Zeig mal. Trotz bin ich das Messer mit dem Griff zuerst rein. Nee, bei mir? Alter, das sieht so brutal aus. Ich habe dir einfach so heftig ein Messer in den Rücken geworfen. Oh meine Güte. Ich mache es mal lieber chilliger. Wo bist du denn jetzt wieder hin? Ach, du machst deine Aufgaben, gell? Ja, klar. Warum habe ich eigentlich keine Haare? Weil du eine Großmutter bist. Zack. Oh. Oh. Du kannst mir doch nicht so weh tun. Alter. Du kannst mir doch nicht so weh tun, deine arme Ommi. Der arme Ommi. Ja, die arme Ommi, die muss getötet werden. Warum auch immer in diesem Spiel. Alter, es gibt so viele Gläser hier, die ich benutzen kann dafür. Das ist richtig cool. Warte. Ich kann mal eine Ninja-Attacke von oben machen. Oh nein. Alter. Alter, das war ein richtiger Headshot. Hey, hier ist ein Schlüssel. Ja. Ich sammle hier auch die ganze Zeit Schlüssel. Oh, tut mir leid. Ich gehe wieder in meine Gollum-Höhle rein. Also, du musst deine Aufgaben schaffen, bevor ich dich getötet habe. Deswegen spute dich mal. Ich gucke mal. Ich habe hier so... Ich habe halt nur begrenzt lange Energie. Das ist voll dumm. Ich auch. Alter. Aber ich habe hier einfach im Dachboden oder wo auch immer ich gerade bin, habe ich einfach so eine Baby-Waffenkammer. Was? Ja. Ich habe hier eine Waffenkammer und ich kann diese Schlüssel benutzen, um so Kisten aufzumachen. Alter, und hier ist sogar eine Kiste mit drei Schlüsseln. Und wenn ich noch einen Schlüssel finde, kann ich die Ultratruhe aufmachen. Die Ultratruhe. Ich glaube, damit kann ich dich dann absolut beenden. Du weißt, mir fehlt nur noch eine Pflanze, gell? Aber musst du danach nichts mehr machen? Ich glaube, das ist nur eine Aufgabe von vielen. Echt jetzt? Okay. Ja, deswegen bin ich direkt hinter dir. Alter. Alter. Das Problem ist, diese Oma, die ist so langsam in allem. Aber du hast dafür einen Taser. Du kannst mich ja tasern. Und du kannst mich, glaube ich, wegtreten. Ah! Ich glaube, wenn du ganz nah an mich rangehst, kannst du auch einen Tritt machen. Komm, ich möchte mal wie ein Baseball von dir getreten werden. Alter. Was ist das denn? Wie ein Football. Wie ein Football. So, guck mal. Kannst du treten? Oh, den Schlüssel brauche ich übrigens. Oh, nein. Was? Warst du da gerade... Warst du da gerade oben auf der Toilette? Alter! Alter, was ein Schuss, gell? Einfach durchs ganze Wohnzimmer hast du mich getroffen. Und du lachst den ganzen Tag mit diesem Messer im Rücken herum. Du musst Pillen nehmen. Guck mal. Oh mein Gott. Alter, du bist einfach hingefallen, gell? Ich habe bei mir einfach den Messergriff im Rücken. Du hast bei mir das Messer so im Rücken. Aber das tut mir leid. Alter, ich muss jetzt leider meine heftigste Waffenkiste auspacken. Ich tue es jetzt. Xen Flowers. Did it. Backyard. Was ist das? Oh mein Gott. Lass. Okay, wenn ich so wäre, würde ich jetzt richtig rennen. Herr Großmutterchen. Ich bin's. Dein Sonilein. Wo bist du denn? Der gibt gar keinen Sinn, was du gerade gesagt hast, du Dummbatz. Stimmt, ich bin ja gar nicht dein. Ich bin dein Großsonilein. Alter. Alter, guck mal, ich mach die Tür auf. Guck mal, was ich hier in der Hand hab. Oh nein. Was? Oh mein Gott. Au. Au. Oh mein Gott. Warum hast du eine Granate, Mann? Alter. Ich kann dich nicht wegkicken. Guck mal. Mach dich kaputt, Mann. Du musst hier die Schlüssel... Junge, du kannst ja viel länger rennen als ich. Das stimmt. Also meine Energie bleibt für immer auf 100 Prozent eigentlich. Echt, ich hab mich hier oben in Embryo-Stellung hingesetzt. So, was hab ich da oben drin? Du entwickelst dich einfach zurück. Wo bist du denn? Ja, ich entwickel mich echt zurück. Bist du noch in der Garage oder wo bist du hin? Vielleicht. Vielleicht bin ich auch wo komplett anders. Ich hab das Gefühl, du rennst direkt... Mann, ich hab die ganze Zeit einen Fehler. Was musst du denn... Was musst du denn machen gerade? Musst du deine Pillen nehmen? Ja. Du musst dich aber noch töten, bevor du das schaffst. Da. Du musst die Garten... Oh mein Gott, ich hab ein Schuliken im Kopf. Du hast ein Schuliken im... Oh, au! Oh, alter. Junge, du hast dich in den Busch gedreht. Ich brauch noch mal eine Dreierkiste. Ich brauch noch mal... Ich brauch noch mal... Oh, ja, damit kann ich dich gut umbringen. Mit so einem Teekessel einfach. Wo bist du? Ja! Oh, was hast du da? Was ist das? Das ist Pfefferspray Cap. Alter! Pfefferspray Cap. Pfefferspray Cap. Alter, wie brutal, ey. Yo, ich hasse... Ich hab mir sogar gerade die Hände vor den Augen gehalten, ne? Nein, wo bist du hin? Du fiese Oma! Komm schon. Nein! Ja! So. Oh, nur noch sechs Leben. Okay, das krieg ich hin. Ich muss jetzt den finalen Schlag planen. Ich muss dich final jetzt holen, Lars. Jetzt wird die Zeit. Schnell, nimm ihn. Nimm den Taser. Was hab ich da? Die Suppenkelle! Die... Ah! Nein! Ja! Nein, 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 nein! Ja! Du hast doch noch sechs Leben. Ich muss dich holen. Nein! Junge, wie viele Pillen soll ich denn noch nehmen? Wo bist du? Wo bist du? Oh nein, Alter! Ey, aber ich sag dir, das ist voll schwer als Oma. Ist schwer als Oma? Okay. Dann lass mal tauschen, oder? Dann lass mal wechseln jetzt. Oh, ich kann mich nicht erinnern, was ich tun muss. Ich muss erst mal meine Demenzpillen nehmen. Welche sind denn die richtigen? Die grünen oder die gelben? Tja. Nimm mal die gelben. Kill your grandmother. Hä? Nichts leichter als das, Mann. Achso, okay. Ich mach die kaputt. Wo ist die alte Schachtel? Alte Schachtel. Kann ich hier den Teller nehmen? Aha. Okay, wie viele Pillen muss ich denn nehmen, ey? Yo, als Baby ist es ja so viel nicer. Alter, als Oma bist du ja so überlangsam. Ah, hier. Pflanzen muss ich gießen. Entschuldigung, Oma. Ich hab keine Zeit, ich muss gerade gießen. Aber da unten ist ein kleines Kind. Dieses kleines Kind. Ah, du hast... Alter! Du hast mich richtig abgeworfen, du kleines Bike, du. So. Jetzt geht die Omi erst mal duschen, oder? Ah, die Omi kann sprinten. Okay, ich verstehe. Yo, aber guck mal, für wie lange, Mann. Ja, ist halt eine Omi, Mann. Was erwartest du denn? Das ist halt... Aber dafür kann sie... Aber warum hat die eine Glatze? Ah, die ist halt auch schon... Alter! Tja, du kleines, kleines nerviges Kind, lass mich meine Pflanzen gießen. Er ist ja saugeil, man kann hier voll viele Türen öffnen. Ja, du hast als Baby sauviele von diesen, äh... Oh, nein! Ja, Mann, man hat so ein Repertoire an Waffen. Alter, Omi ist gerade runtergekommen. Nein! Yeah! Ich bin ausgewichen. Du nerviges Kind, du! Wo bist du? Wo bist du? Ah! Äh, aber ich hab dich auch abgeworfen. Mist, stimmt. Hä? Warte mal, aber ich hab Schaden genommen. Hast du auch Schaden genommen? Ich hab dich abgeworfen mit einem Shuriken. Oh, ich hab ein Messer. Kind, leg das Messer weg. Nein, Oma. Ich werde dich finden und werde dich vernichten, Oma. Als ob ich so ein... Warte, warte, komm mal her. Wo bist du? Oh, ne, ich hab wieder 100 Leben, by the way. Weil du mich so lange nicht mehr angegriffen hast. Ah, und man kann seine Pillen nehmen als Oma, um wieder Leben zu regenerieren. Das hast du letztes Mal nicht gemeint. Aua! Nimm mir das, Alter, du hast dir ein Messer in den Rücken geworfen. Du kleines, nerviges Kind. Du kleines, nerviges Kind, du. Ich muss meine Pillen nehmen, los. Du wirst mich niemals finden. Es ist April 56. Das ist die perfekte Uhrzeit, um meinen kleinen... Au! Oh mein Gott, hat mich das erschrocken. Was hast du da auf mich geworfen? War das so ein... Ey, das war doch locker ein Hammer oder so. Das war Dings, ein Engländer. Man kann sich nicht mal ducken als Oma, gell? Man kann gar nichts als Oma. Aber darum ist es auch so schwer, als Oma zu gewinnen. Kleines, nerviges Kind, wo bist du? Aber zum Glück... Komm her! Was? Ich hab dich nicht getroffen? Aha! Aber ich bin der Flasche ausgeweht. Wie kann ich dich denn überhaupt treten? Mann! Aha! Jetzt hab ich dich bei mir. Jetzt bist du ja erstmal ein bisschen verprügelt, du. Alter! Hast du gerade deine Oma umgespült? Alter! Du hast dir noch eine Glasflasche auf den Kopf geworfen. Du bist so nervig, Alter. Oh, Baby! Was ist das denn hier? Nein, nein, nein. Nein, nein. Alter, ich weiß nicht mal, wo du bist. Du bist so schnell, Alter. Und so klein und so nervig. Ich hab doch gesagt, als Kind ist es richtig unfair dagegen. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich hab's gleich. Ich muss noch die roten Pillen nehmen. Alter, dieses Oma-Leben besteht nur daraus, die ganze Zeit Pillen zu nehmen. Au! Alter! Komm schon, stür auf, Omi! Oh mein Gott. Jetzt gibt es eine auf die Schnute, du Pute. Jetzt muss ich hier wieder Pillen nehmen, oder was? Omi? Omi, kannst du mir eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Klar, komm her. Gute Nacht! Alter! Geschafft. Omi, kannst du mir eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Okay, Leute. Easy. Das war Granny Simulator. Was ist das für ein Simulator, ey? Ganz komischer Simulator. Ganz komische Familie, oder? Aber eine tolle Familie sind wir. Wir sind eine starke Familie. Leute, gebt einen Daumen nach oben und abonniert auf jeden Fall diesen Channel-Shot bei Lars vorbei. Und bitte hör auf, meine Leiche da so herumzuschubsen. Haut rein, Leute. Und ciao!